Was ist denn? Die Kornliebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? Sie sind tot. Donnerwetter! Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan. Ha, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Soll zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Nein, ist doch nicht. 1500 Gold? Was ist mit den geklauten Weizensäcken? Bringen sie nach Montera. Zusammen mit den anderen hier auf dem Hof. Die Jungs warten bestimmt schon darauf. 1500 Gold? Was ist denn? Hat er gerade gegeben. Krass. Und es kommt noch schlimmer. Das hätte ja doch besser gewesen sein. So. Bring dich jetzt den Rufus weg? Aber schlaf lieber erstmal eine Nacht drüber, oder? Beziehungsweise Ne, ich geh erstmal die Weizensäcke und die Milch wegschaffen. Klar, aber auch nicht. Irgendwann ist auch der Rufus. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Und guck nochmal nach dem Stein. Ich brauche irgendwie noch den Portal-Portal-Stein. Die Rune. Finger wäsch vom Hugo. Ich habe gar keinen Hugo da. Ich habe Likör da. Und Obstler. Und ich habe auch immer noch eine ganze Flasche Eierlikör, die ich eigentlich damals für diese Quarktaschen, die ich gemacht hatte. Oder, also für meine Arbeitskollegen gemacht hatte. Geholt habe. Aber mich dann irgendwie... Ich dachte dann irgendwann, ich kann da jetzt kein Eierlikör mit auf Arbeit bringen zum Mittag. Schoko-Weinzeit. Ja, auch... Wäre auch okay. Guckt mich da nicht alle so an, ey. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an. Du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles. Seltenes. Kostbares. Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Ich glaube, es habt ihr sogar. Ja, die habe ich einigermaßen mit holen. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer, dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensein verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Zeig mir deine Ware. Wir müssen sowieso mal unser Outfit durchgucken. Was man so austauschen könnte. Und da ist das Name. Amen. Ich weiß halt nicht, was von dem Kram hier ich nochmal gebrauchen könnte. Schwefel, Schwefelbrocken. Ist das so, das ist mein Gold. Das ist halt mal so eine Sache, ne? Manchmal wollen die dann plötzlich Dinge haben. Bring mir dies und das und dann hast du das nicht. Wer weiß es schon. Ah, hier ist eine Spitzhacke. So, Gold aus Gleisgans, wisstest du es? Du siehst durstig aus, Fremder. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet fünf Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Hm. Zeig mir deine Ware. Oh, das ist gut. Ich hatte vorhin nur noch 6.000 Gold, jetzt hab ich schon wieder 10.000. Wunderbar. So, wo war denn der Lagermeister hier? Warst du das? Ne, du bist Marik. Hier war der doch. Mann. Was willst du? Hier sind deine Weizensäcke. Na, endlich. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Hier sind deine Milchwässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann. Hier ist dein Lohn. In aller Bescheidenheit. Was hörst du von deinem Anführer Marik? Marik ist ein Orkliebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marik nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Das war auf jeden Fall ehrlich. Du arbeitest jetzt wieder für Sobotta. Auch gut. Äh. Warte mal. Ich glaub, ich muss mich dann mit dem Ork anlegen, wenn ich das mache. Ich bring dich weg. Gut. Komm mal mit. Wo war denn der? Der war irgendwo oben. Komm schnell. Ich glaub, der Ork schläft. Der kriegt das gar nicht mit. Komm mal hier hoch. Ja? Ja, prima. Verdammt. Was ist los? Torex Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Oh Gott. Deine Lohn erhältst du auch sofort. Ich krieg bestimmt aufs Maul. Erstmal Pause machen. Ich krieg bestimmt sowas mal aufs Maul gleich. Wir dürfen dem einfach nicht mehr über den Weg laufen. Ach, hier ist Tranus. Der mag uns da nicht mehr, weil wir den verpetzt haben. Das hält ja auch ein. Wer war so danach? Das stand zur Auswahl und da hab ich das genommen. Wegen der Söldner. Dennis liefert sich mit dem Kornhof einen kleinen Krieg. Dieser Idiot. Ich werde da mal rausgehen müssen, um den Blödsinn zu beenden. Danke für die Information. Elbe hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Hm, du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay. Ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja. War mehr als deutlich. Naja. Solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mal schauen, ob wir jetzt Schildblockade lernen können. Hier. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund. Also trage ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Nein. Dazu bist du noch nicht bereit. Jagdgeschick brauchst du für die starke Schildparade. Okay. Der hat verliert weniger Ausdauer, wenn er mit einem Schild pariert. Aha. Ich habe jetzt ein Schild an. Yay. 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 Ängstlicher Sklave. Nicht schlagen, Herr. Was machst du hier? Ich dachte, ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte. Die wird sowieso von keinem mehr benutzt. Aber ich denke... Oh, ist der in den Ruhestand? Ich gehe jetzt erst wieder in die Arbeit. Da ist die. Ah, das ist jetzt meine Hütte. Na, dann geh doch. Du gehst weiter, sonst kriegen wir Berger. Ich habe ihn gefunden. Schön, schön, schön. So, meine Fackel verloren dabei, aber... Ah, ne, da unten liegt sie noch. Bein Ruhestand ist auf CD. Ne, das gibt es hier zum Glück nicht. Hauptsache, du hast genug Mana. Dann geht alles. Ich habe so Angst, dass der... Also, das heißt Angst, aber... Ich glaube, der Ork wird mich angreifen, wenn er das mitkriegt. Warte mal, was haben wir denn hier in Monterra noch? Marek will Bradley Sklavenliste. Ja, die müsste ich ja mobsen. Kurz überlegen, wo der war. Die stehen gerade alle wieder auf. Da wird nichts mit reinschleichen, glaube ich. Ey, da sitzt er auch die ganze Zeit. Junge. Ja. Der Klugscheißer. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Okay, und, äh, dass ich dem nur einen Sklaven gebracht habe, reicht, ja? Schreibt die Pacht für dummen ihr Steinwurzeln? Da brauche ich noch ein paar. Wieso wartet ihr hier? Das ist so creepy, wenn die einen alle angucken. Hm. Irgendwann ist auch das. Ich laufe jetzt nochmal zu Dominiks Hof. Ich nehme aber den langen Weg, weil ich glaube nicht, dass ich gegen die Schar von Banditen, die da oben auf der Anhöhe hockt, äh, zu Rande komme. Andere CD. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die mir hier alles über den... Ich ruhe mich ein wenig aus. Okay, ne, der hat keine Option mehr. Du ruhst dich gar nicht aus, du rennst sinnlos im Kreis hin und her, Junge. Zum Glück habe ich die goldene Schatulle nicht verkauft. Siehst du, das meine ich, ne? Man sammelt halt immer wieder Sachen auf, die man dann später irgendwie noch braucht. Ich kann eigentlich nur Waffen, Waffen und so verkaufen. Obwohl, habe ich, wenn es das Schwert noch? Ja, okay. Oh, puh. Das kann ich anscheinend gar nicht verkaufen. Okay. Warten, wir können den hier anlegen. Wir haben keine Pfeile gekauft für Schussels. Wir. Ja, wir. Wir haben keine Pfeile gekauft. Ähm. Wo geht's denn da lang? Ach, das war... Ach, okay, ich weiß wo. Nein, jetzt ist meine Fackel weg. Aber wir haben noch nicht genug... Ähm... Wir haben leider noch nicht genug Steinwurzeln für den Droiden. Wir hatten da keine Möglichkeit, ihr werdet zu besorgen. Achso, na dann. Wenn ihr so weiter macht... Ich bin echt gespannt, ob das mit dem Blocken jetzt besser klappt mit dem Schild. Das kann ich zumindest länger halten, aber hier eins, zwei, drei, drei Sekunden kann ich das halten. Ja, das stimmt. Ich bin nicht faul, ich erledige hier ganz viele Aufgaben, ja? Du verdienst damit Geld? Achso, du meinst mit dem Stream? Oder meinst du Huntert? Hm. Hm. So, wir gucken jetzt nochmal nach Steinwurzeln. Ich mache nebenbei welche, also zumindest habe ich auf den Knopf gedrückt. Prima! Prima! Ich muss dann auch noch ein bisschen aufräumen. Bei mir sieht es wieder aus wie Bombeneinschlag, also wirklich. ganz schlimm. Ganz schlimm schon wieder. Ein ganzer Esszimmertisch, der steht voll mit allen möglichen Schruz. Also wie immer, muss ja keiner wissen. Ich war beim Anführer der Orx in Monta. Tera. Na also, das wurde ja auch Zeit. Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen, sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Ähm, okay, okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Ja, ja. Zeig mir deine Ware. Ja. Ich brauch, ich brauch eine Reinigungskraft bei mir. Ey, aber ich hab gestern noch Müll rausgebracht und Katzenklo gemacht. Du hast nach einer Reinigungskraft geschaut? Schon kosten sind sie wieder, klar. Ja, du hast es doch, Swan. Ich brauche noch zwei Steinwurzeln. Hä? Okay, warte. Im Gegensatz zu mir. Hast es doch. Da hinten ist schon wieder ein Schattenläufer. Oder? Ja. Die sind überall. So ein Alternativ kannst du doch einfach eine Schürze umbinden und den Staubwedel schwingen. Das sähe ja bestimmt hübsch aus, ja. Streamer-Millionäre, mhm. Waren wir eigentlich in dieser Hülle? Ja, ne? Ja, Mann. Ja, ich bin eigentlich Millionärin. Ich verrate es nur keinem. Zur Belohnung gibt es Plätzchen. Oh, das wird noch anstrengend alles miteinander. Heile meine Wunden. Heile meine Wunden. Adanos Licht. Erleuchte diesen Körper. Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Wanderer. Nun kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Ach joa. Okay. Druidenstein des Rippers erhalten. Kann ich den denn überhaupt benutzen? Bring mir was über Alchemie bei. Meine Spülmaschine hat das ganz günstig für ein bisschen Spülmittel und etwas Wasser viel günstiger gemacht. Die putzt auch laut immer. Ich will permanente Heiltränge herstellen. Acht Alchemie-Punkte. Okay, warte. Weiter so. Gut. Ich will permanente Tränke herstellen. Ja, das denke ich mir. Mit diesem Wissen bist du in der Lage, jeden permanenten Trank zu brauen. Alles, was du benötigst, ist ein Rezept. Und die erforderlichen Zutaten. Die meisten Zutaten sind sehr selten. Also wirst du viel unterwegs sein. Genieße das Brauen. Lehre mich, Verwandlungstränke zu brauen? Ne, ich hätte gern sowas wie, ähm... Hm. Ich hätte gern sowas wie mehr Stärke und sowas. Boah, das war wieder sehr kostenintensiv. Obwohl, ich hab immer noch genug Gold. Ist das dein Ernst? Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Hm, 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 hm. Du solltest meinen Rat annehmen. Was kann denn schon groß passieren? Aber ich glaube, sollte ich irgendwann mal umziehen. Hätte ich auch gern Geschirrspüler. Ich hab immer gesagt, ich brauch keinen. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, mittlerweile wird es mir vielleicht doch einen holen. Ja, du hast aber auch keinen. Hast du nichts zu tun? Nö. Wir kriegen beide noch Ärger. Okay. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Trotzdem gefällt mir das... Guck mal, jetzt haben wir noch drei. Wie loyal sind die Orksinnen? Wer muss ich denn noch fragen? Ich muss den, glaube ich, bloß noch von... Den hatte ich denn gerade angequatscht noch. Ich glaube, den... Ist halt auch wesentlich wassereffizienter als manuell. Ja, aber Wasser ist ja bei uns jetzt nicht das Problem, ne? Ich denke halt eher an den Schrott. Dann die Tabs. Die sind ja auch immer eingeschweißt und sowas. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterwude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Wegen der Söldner. Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht. Du bist auch eingeschweißt. Ja, deswegen halte ich mich ja auch so gut. Ständiges Neues Geschirrm, Besteck kaufen, kostet am Ende auch mehr. Erst ein Geschirrspüler... Jaaaaaa. War das hier die alte Hütte? Ne, die ist ein bisschen sehr alt. Die da drüben war das. So, da ist der... Wollen wir mal gucken gehen, was der zu uns sagt? Gibt's mit Wasser löslicher Folie? Hi. Hey, bleib stehen, du Mistkerl! Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Ich nehme mir einfach, was ich will. Ich bezahl dir den Burschen. Bezahlen? Erstmal bezahlst du mir deine Dreistigkeit, dich zu bestehlen. Gib mir tausend Goldmünzen. Oh, ich hab vorher gespeichert. Nehmen wir einfach, was ich will. Na, das wollen wir doch mal sehen! Ich hock dich in Stücke! Da! Du hast doch grad geblockt, Mann, Junge! 40 Erfahrungen? Zwei Schnaps hatte der. Und einen Schmiedehammer. Der hat angefangen! Hat jeder gesehen! Zorek, geht's dir gut? Nichts zu holen. Zorek! Geh mal... Nächstes Mal bist du dran, Mora! Ach, das war's? Lol. Okay. Bring mir was über das Schmieden bei. Der würde mir sogar noch was beibringen, obwohl ich den grad vermöbelt hab. Nihihihihi! Nihihihihi! So, und das ist jetzt meine Hütte. Dann können wir ja hier ein bisschen uns was nehmen, was hier so rumliegt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ein schwarzer Roba. Wunderbar. Wunderbar. So, aber ich brauch noch irgendwie, äh... Von Dan? Irgendwann haben wir als Sklaven einfach unterm Hinterweg gepfunden in seinen Leuten-Immersen. Der Kehl, dem ist so... Es heißt, der ist Gladiote und der Arena. Wo ist denn die Arena? Die hab ich noch gar nicht gesehen. Achso, das ist wahrscheinlich oben drinnen, wo ich noch nicht rein... rein kann. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ah, ich hab doch schon so viel für dir erledigt. Ich darf da jetzt bestimmt hier rein, oder? Du willst doch nicht einfach so an mir vorbei, oder? Was gibt es hier in der Burg? Das hier ist die Residenz von Warwick, dem Großen. Nur selten wird ein Mora im inneren Kreis dieser Burg geduldet. Verstehe. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mir fehlen 34 Punkte. Das ist viel. Das ist ganz schön viel. Da hab ich doch irgendwelche Quests nicht angenommen. Nein, mach ich nicht. Wird es jemals einen vierten Teil geben? Na, die sagen ja Arkania, oder wie das heißt. Ne, wie ist das andere? Dass das quasi der vierte Teil ist, aber du spielst ja dann einen anderen, also du spielst ja dann nicht mehr den Hunter-Tier. Ich glaub, der Zug ist abgefahren. Das ist wirklich normal. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Ist das dein Ernst? Toll. Bananen. Toll. Ich dachte, der hat hier ein paar Pfalz... Ne, das sind Bolzen. Ich wollte ja mal gucken, hier. Hm. Jetzt? Ja stimmt, der Jäger verkauft Bananen, ja. Das geht doch mal wieder. Ja, ich wollte es meinen Rat annehmen. Es kommt noch schlimm. Wie soll es aber alles sein? Nein, glaubst du wirklich? Ich glaub dir kein Wort. Ich denke darüber nach. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß, was ich noch mal kann. Ja, ich weiß, was ich noch mal kann. Den Rufus, äh, nach Kukara bringen. Ja, ich weiß. Bis zum nächsten Mal.